Subta, Madhyasana, wörtlich die liegende Bauchstellung, ist eine Drehhaltung, eine liegende Stellung, die gut ist für die Entspannung des unteren Rückens und eine gute Massage für die Bauchorgane. Subta heißt liegend, Madhyaya, M-A-D-H-Y-A, heißt wörtlich die Mitte. Madhyaya steht hier für die Mitte des Körpers, also den Bauch. Und so ist das die liegende Bauchstellung. Bei Yoga-Vidya bezeichnen wir diese auch als Krokodilsvariation, als Variationen von Makarasana. Nura zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Liegestellung, Shavasana. Aus der Liegestellung heraus, gib die Beine zusammen, beuge die Knie und jetzt gib beide Knie nach links. Du kannst aber auch die Arme entweder zur Seite haben oder du kannst die linke Hand auf das rechte Knie geben und du kannst aber den Kopf nach rechts drehen. Diese Stellung hilft, das Gesäß zu dehnen, gibt Raum in den Hüftkreuzbeingelenken, den Iliosakralgelenken und auch Muskeln im mittleren und unteren Rücken werden sanft gedehnt. Viele Menschen spüren sofort Linderung, wenn sie Verspannungen im unteren Rücken spüren, wenn sie diese Subtamadhyasana-Variation üben. Nura wird jetzt für die andere Seite eine andere Variante üben. Gib zuerst die Knie zur Mitte, dann strecke beide Beine aus nach oben und dann senke beide Beine nach rechts. Wenn du kannst, gib dabei die rechte Hand auf den linken Fuß oder den Knöchel. Linker Arm ist links und schaue nach links. Diese Stellung ist jetzt nicht ganz ohne. Sie ist nämlich zum einen Vorwärtsbeuge. Du entwickelst die Flexibilität im Bein. Sie ist gleichzeitig auch Drehung. Für manche Menschen ist diese Stellung nicht so gut, weil sie etwaige bestehende Verspannungen im unteren Rücken verstärkt. Gerade wenn du Bandscheibenprobleme hast oder manche Hüftkreuzbeinprobleme, dann verzichtest du darauf. Andere dagegen spüren, dass gerade diese Variation von Subtamadhyasana sehr viel hilft, um Verspannungen im tiefen Bauch, auch in Gesetz, Kreuz und mittleren Rücken zu lösen. Wie so vieles beim Yoga ist es gut, erst mal Körperbewusstsein zu entwickeln, dann einiges auszuprobieren und festzustellen, was tut mir am besten. Wie so vieles beim Yoga ist es gut.